Musik Am 8.09.2023 gegen 20.20 Uhr wurde die Berufsverwehr WONN zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Universität alarmiert. Die Erkundung ergab, dass es sich um ein Federlamm handelt. Im Einsatz waren der A-Dienst mit Löcherinheit 2 und ein Funkstreifenkraftwagen. Musik Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.